Feuchttraumbeseitigung Muschi, guten Tag. Hanscha, ich begrüße Sie. Wie war Ihr Name? Hier ist die Firma Feuchttraumbeseitigung Muschi. Es geht nicht um Folgendes. Ich habe eine feuchte Stelle im Katzenklo, Herr Muschi. Wo haben Sie eine feuchte Stelle? Wir haben nämlich auch eine Muschi. Ich glaube, Sie haben eher eine weiche Stelle, und zwar in Ihrer dämlichen Birne. Bitte? Sie haben mich schon richtig verstanden. Wie war Ihr Name? Ach, leck mich doch mal aus. Ich hätte gern die Rufnummer von Bad Schwenhomburg. Bad Schwenhomburg in Hamburg. Hamburg ist der Ort. Wie ist der Nachname? Hamburg. Ach, leck mich doch am Arsch. Bad Schwenhomburg in Hamburg. Hamburg A7. Haben Sie heute erst angefangen? Pass bitte auf, was Sie hier sagen, ja? Ja, Sie können das doch einfach. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, leck mich doch am Arsch. Haben Sie auch schon Technomusik? Ja, das haben wir. Was ist das wieder für eine Geschichte? Ja. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Ja, ich denke, ich bin Bildhauer. Ja, und mache ich Muschis? Bin ich Bildhauer für Muschis? Bin ich die Dolly-Dollar von der Bildhauer? Bin ich, bin ich eine Heer gelaufen der Tschechischer heruntergekommen der? Ich bin ich, bin ich die Dolly-Dollar von der Bildhauer. Ich bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Ich bin ich, 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 bin ich. Es geht sich um Folgendes und Schweißruf anweg der Katze. Also wir bräuchten die ganz dringend. Wollen Sie die kochen? Nee, dünsten. Wie? Was? Hier, Katzen dünsten. Wollen die dann essen? Ja sicher, ich rufe ja an vom China-Restaurant Panzea. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, ich verbleibe so, dass hier keine Katze zum Kochen rausgeht. Zum Dünsten, das ist ein Unterschied von uns und 30 Grad. Schauen Sie mal. Ich glaube, ich spinne. Ja, ich rufe an wegen der Lärmbelächtigung. Lärmbelächtigung? Ja. 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 Können Sie bisschen leiser sein? Leiser? Ja. Wofür? Was ist das? Musik zu lauten? Fernse zu lauten? Oder was? Hade, joh. Hier ist die Firma Feuchtbraunbeseitigung Moschie. Wo habt ihr eine feuchte Stelle? Er hat nämlich auch noch eine Muschie. Wie war ihr Name? Ich bin auch noch ein paar Mal. Her dreams to give her heart away Like an orphan along the way She cared so much She offered her body To the brave To the brave Hello Who is that? Your sponsor I knew that you already called it With your stupid hands Always make them laugh Let them be calm Like Samu in Ruhe I shit on your trash I swear to God Lord Going for you I will tell you To the brave If you want to